Ja hallo, Video Nummer 2. Jetzt habe ich das Trockenfutter in Frikadellen verpackt und jetzt will ich mal gucken, ob der Hund auf den Trick reinfällt. So DJ, komm hier, leckerchen. So wie der schlingt, wird er das Trockenfutter sowieso direkt mit auffressen. Ich kenne auch meinen Hund. Er klappt. Wunderbar. Und scheint ihm zu schmecken. Hackfleisch gemischt. Pur ohne Gewürze. Noch in lecker Bratensaft. Das ist eine Delikatesse. Wunderbar. So können wir unseren Hund also austricksen. Perfekt.